So ein schöner, alter Baum. Ja, und natürlich auch alle, die im Meerland zur Verfügung haben, vielleicht die Landwirt setzt sich beim wieder oder lasst sie stehen. Die alten Bäume sind ja ganz wichtig und ist doch ein wunderbares Bild. So ein Baum in der Landschaft, das gehört irgendwie zu uns dazu in die Landschaft. Bäume, Bäume, Bäume. Und wenn es da vielleicht einschaut, da sieht man schön, der hat so ein Ries und da verrottet das Holt schon. So Sachen sind auch ganz wichtig, also lasst ruhig die Bäume sterben. Das Sterben gehört irgendwo auch dazu, zu einem Zyklus von einem Obstbaum, irgendwann stirbt er und das sind ganz wertvolle Bereiche. Es gibt sehr viele Käfer, die zum Beispiel da drinnen leben, die machen dann so Käfergänge und wenn der Baum richtig am Absterben ist, dann können sie in diese Gänge wieder Wildbienen, ihre Nester reinbauen. Also seht ihr, das ist alles ein super Kreislauf. Also da nicht irgendwie anfangen zum zumachen oder versorgen, wie man es oft sieht, sondern einfach lassen, wie es ist. Das ist wieder ganz ein besonderer Lebensraum. So ein Obstbaum ist überhaupt wie so ein Kosmos fast ein Leben, was sich da alles anspielt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018